Das sind Mirjam und Patrick, zwei von mehr als 1600 Lehrlingen, die sich jedes Jahr für einen Verkäuferlehrer bei GOP entscheidet. Und das sind Ihre vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgaben, die Sie jeden Tag im aufgestellten Team erwarten. Die Früchte und das Gemüse zum Beispiel werden ganz besonders gepflegt. Eine sympathische Erscheinung, Freude am Bedienen und fundierte Fachkenntnisse braucht es. Aber genauso gehört zu einem GOP-Lehrling dem kühlen Kopf. Auch die frische Kontrolle und das rechtzeitige Abstellen im Food- und im Non-Food-Bereich und natürlich auch das hier ist wichtig. Darum werden die Lehrlinge bei GOP nach klarem Konzept praxisnah ausgebildet und in internen Kurs zusätzlich auf ihren Beruf vorbereitet. In Spezialkursen zur Förderung des Nachwuchs kann man sich in den GOP-Bildungszentren weiterbilden, zum Beispiel zum Ladeleiter. Ich habe auch mal da angefangen. Jetzt bin ich Chef. Und trotzdem immer der Letzte. Eine Verkäuferlehr bei GOP. Was das ist, was dahinter steckt und was alles daraus werden kann, erfährst du im nächsten GOP-Laden. Grüezi miteinander. Abwechslungsreich essen heisst auch, altbekanntes und gewohntes wieder neu entdecken. Wie zum Beispiel die Kutte an einer Weissweissauce, die ich Ihnen heute vorschläge. Anstatt Speckwürfelin nehme ich fein geschnittene Speckscheibli. Das sieht fürs Auge nach mehr aus und überträgt den Geschmack besser auf die Soße. In einem Esslöffel Anken wird der Speck angebratet. Eine gehackte Zwiebeln mitdämpft und die Kutte ebenfalls ein paar Minuten gedämpft. Jetzt zwei Esslöffel Mehl darüber streuen. Und dann mit Weisswein und ein bisschen Wasser ablöschen. Nach dem Würzen mit wenig Salz, Pfeffer, Paprika und ein kleines Kack lässt man das Gericht eine Stunde lang zugedeckt schmoren. Und damit es ein richtiges Fitnessmenü wird, gibt es dazu Blattspinat, luftigen Herdöpfelschnee und einen Cicorino-Salat. Das Rezept mit den genauen Zutaten finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Und jetzt im Teletext. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop das Kilo Rollschinkli geräuchert für nur 13,90. Zwei Pack Goldstar Käseküchli für nur 64. Um 500 Gramm Gala-Dreueier-Spaghetti für nur 85. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop Nikola-Herdöpfel in der Tragtasche an 2,5 Kilogramm für nur 2,30. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!